Irgendwie wird es nicht besser, aber ich versuche mich da jetzt einfach mal durch zu quetschen. Also das da oben ist die Hohe Warte. Einige schöne Wanderwege. Man sollte vielleicht nicht zu viel reden, während man läuft nicht bei Wind und nicht bei Schnee durch halb abgestorbene Wälder. Ist jetzt eigentlich auch nicht ganz so clever, was ich gerade mache. Ja und dann ist es schon gar nicht mehr so weit bis zur nächsten Radreise, die Ann und ich geplant haben. Also irgendwie noch nicht mal drei Minuten unterwegs und schon im Dickisch gelandet. Dieser Weg scheint hier nicht mehr gepflegt zu werden. Aber es ist eindeutig eine Treppe, die er mal hochführt. Aber da oben ist auch Geländer, da muss ich drüber. Ja komisch, aber nur ein Kommode muss man so lange führen. So und damit hallo. Von einem sehr verschneiten Tag. Ich bin gerade hier in Elgersburg. Das da oben ist die Elgersburg. Und ich wollte mal eine kleine Wanderung machen. Eigentlich hatte ich vor mit dem Rad zu fahren, aber ihr seht ja, sind nicht gerade optimale Bedingungen. Deswegen dachte ich, mache ich heute eine kleine Runde. Etwa zehn Kilometer über ein paar Trails. Über ein paar ungeplante Trails. Und werde mal so ein bisschen was erzählen, was die letzten Wochen bei uns los war und was kommen wird. Also ein kleines Vlog mit einem großen Wanderanteil. Viel Spaß. So, ich befinde mich jetzt hier auf der Waldrandroute. Das ist eine Radroute, die vor einiger Zeit hier ins Leben gerufen wurde. Dieses Teilstück hier gibt es schon länger. Und von hier aus führt ein angeblich richtig schöner Wanderweg jetzt nach oben auf den nächsten Berg. Und den wollte ich heute mal gehen. Problem ist, dieser Abschnitt der Waldrandroute ist jetzt des öfteren mal gesperrt durch die Forstarbeiten. Kann man nicht mehr mit dem Rad lang fahren. Und ich habe auch Befürchtung, dass es vielleicht diesen schönen Weg nach oben jetzt gar nicht mehr gibt. Das werden wir jetzt gleich mal sehen. Ich müsste jetzt hier auf jeden Fall gleich rechts abgehen. So, laut Kommode muss ich dort jetzt hoch. Ich sehe jetzt natürlich durch den Schnee keinen Weg. Aber ich versuche mich da jetzt einfach mal durchzuquetschen. Na, ein paar Spuren sieht man doch hier. Ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Die Fußspuren sind jetzt weg. Dafür habe ich jetzt hier eine ganze Reihe an umgestürzten Bäumen. Hier muss der Weg irgendwie durchgehen. Ja, wir haben den Tipp mal von einem Mountainbiker bekommen, der hier immer mit seiner Truppe diesen Weg runter gefahren ist. Das wird momentan wohl nicht mehr möglich sein. Ja, es ist momentan leider einfach so, dass die Wanderwege hier bei Ilmenau und jetzt bin ich ja eigentlich quasi wieder in Ilmenau. Ja, momentan einfach nur sehr schlecht zu begehen sind. Ich versuche jetzt trotzdem mal da durchzukommen. Sobald ich oben auf dem Berg bin, müsste es wieder besser werden. sobald ich auf den Berg bin. Irgendwie wird es nicht besser, aber gut, wir haben es glaube ich bald geschafft Da vorne sieht es schon wieder ein bisschen besser aus Ist halt blöd, wenn man immer nicht weiß, ob die Äste jetzt ganz lose liegen übereinander oder ob da fest der Boden drunter ist, wenn der Schnee darüber liegt, sieht man das einfach nicht mehr Aber jetzt sieht das doch nach dem Wanderweg aus Ich weiß es genau, dass das nicht drunter ist, weil ich erachtßer Ende der wird Z in derереfre kennenzulernen lassen аниеыйہ Jetzt三 Vogelgezwitscher Ich habe es geschafft, bin jetzt wieder auf dem Forstweg. Eine Läupe wurde hier noch nicht gespurt, aber das wird vielleicht dann bald mal kommen. Oder vielleicht kommen wir heute auch noch an einer vorbei. Morgen wollen Anno und ich vielleicht mal mit einem Freund langlaufen gehen. Habe ich schon seit Ewigkeit nicht mal gemacht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es überhaupt schon mal gemacht habe. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich irgendwann mal auf Skiern stand und das ist schon 20 Jahre her fast. Auf den Skiern stand ich nie besonders lange. Das ist wirklich nicht mein Sport, aber wir wollen es einfach noch mal probieren. Zumal sich Anno das gewünscht hat. Die ist jetzt gerade auf der Arbeit, deswegen ist sie nicht dabei. Jetzt bricht hier wieder der Winter ein und sieht auch gleich alles viel schöner aus hier im Wald. Auch dort wo die Rodungen stattfanden. Trotzdem stehen hier überall immer Autos mit laufendem Motor. Eigentlich sollten die Forstarbeiter wissen, dass man das nicht unbedingt machen soll. Wie gesagt, ich hatte erst noch ein Reel dazu gemacht. Das wurde auf Instagram schon über 2000 Mal angeschaut. Auf YouTube sogar über 5500 Mal. Hat also ein bisschen Anklang gefunden und habe einfach mal drauf aufmerksam gemacht, wie hier momentan mit den Wanderwegen umgegangen wird. Auch mit den bedeutenden Wanderwegen hier in Ilmenau. Das möchte ich nochmal klarstellen. Wir sind ganz klar dafür, dass hier zum Schutz des Waldes Rodungen durchgeführt werden. Dass der Borkenkäfer so gut wie möglich bekämpft wird. Was wir aber nicht akzeptieren können ist, dass man nicht darüber informiert wird. Und dass irgendwie fast alle Wanderwege gesperrt sind. Ohne dass es halt wie gesagt irgendwie vermittelt wird. Ich fahre jetzt ja schon immer extra erstmal mit dem Zug bis nach Elgersburg. Weil es ja gar nicht mehr so schlimm ist wie in Ilmenau. Und werde jetzt auch gleich wieder Ilmenau eher den Rücken kehren und dann so Richtung Hohenwarte gehen. Das ist so ein Turm mit einer Gaststätte. Richtig schön. Und von dort aus geht es dann wieder quasi Richtung Eggersberg runter. Kommen aber noch am Goethefelsen vorbei. Und da kommt so ein bisschen sächsische Schweiz Feeling auf. Aber das werdet ihr dann sehen. Jetzt erstmal entspannt weiter gehen. So das da ist das Schöffenhaus hinter mir. War mal eine ehemalige Gaststätte. Der Betrieb wird aber eingestellt. Ja leider nicht die einzige Gaststätte hier in der Region. Also für Leute die den Rennsteig-Wanderweg gehen wollen, wird es immer schwieriger Unterkünfte auf dem Weg zu finden. Manche fahren dann wirklich schon mit dem Zug dann am Wochenende nach Ilmenau runter, um dort irgendwo zu übernachten und am nächsten Tag wieder hoch. Also wenn jemand von euch Lust und Laune hat, hier ein Gasthaus oder eine Berghütte in Betrieb zu nehmen. Es stehen genügend Immobilien zur Verfügung. Ist bestimmt nicht einfach am Leben zu halten. Aber vielleicht brauchst du auch einfach etwas mehr Geschick als von den Leuten, die es bisher gemacht haben. So da ich jetzt hier durch halb abgestorbene Wälder laufe, will ich nochmal kurz ein Wort dazu sagen. Das ist auch bloß einfach so als Hinweis. Es läuft nicht bei Wind und nicht bei Schnee durch halb abgestorbene Wälder. Vor allem nicht durch die Wälder, die ihr vielleicht nicht so gut kennt. Gerade durch die Schneelast und dann verbunden mit dem Wind natürlich kann so ein Baum, der eigentlich gerade noch so steht, eben jederzeit umfallen. Oder es können Äste abbrechen. Es kann Teil vom Baum abbrechen und herunterprasseln. Ist jetzt eigentlich auch nicht ganz so clever, was ich gerade mache. Nur jetzt muss ich hier auch erstmal wieder raus. Und jetzt bin ich hier gerade an der Stelle, wo schon sehr viel gerodet wurde. Da bleiben ja meistens eher die gesunden Bäume stehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche Kettenreaktionen ausgelöst werden, sind auch sehr viel geringer. Müsst ihr nicht unbedingt nachmachen. Und wenn ihr unter solchen Bedingungen unterwegs seid im Wald, dann tut mir wenigstens einen Gefallen, weil wir es echt schon mal gesehen haben. Nehmt die Kopfhörer von oder aus den Ohren. Denn euer Gehör ist hier wirklich der beste Freund und Ratgeber. Wenn es anfängt in der Ferne zu knacksen oder ihr hört die ersten Bäume stürzen, dann ist das ein Signal, dass ihr möglichst schnell aus dem Wald raus solltet. Hatten wir schon mal in der Sächsischen Schweiz. Haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Wo dann links und rechts an uns die Bäume umgefallen sind und weiter unten kommt uns jemand entgegen mit Kopfhörern im Ohr. Wo ich so dachte, muss nicht sein. Haben wir ihn auch darauf hingewiesen. Hat er auch gemacht. Er ist trotzdem weiter gegangen. Ich hoffe, er hat es überlebt. So, das ist ja eine Schutzhütte. Na, wo eine Schutzhütte ist übertrieben. Das ist ein Pavillon auf dem sogenannten Wolfstein. Das ist ein kleiner Felsen jetzt hier mitten im Wald. Für mich geht jetzt hier ein ziemlich steiler Weg weiter runter. Ich hoffe, es wird nicht allzu rutschig. bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Nichts. ig und los. Gehe jetzt einen ehemaligen Keine Ahnung, vielleicht auch nicht ehemaligen Skihang hoch, zumindest gibt es den Lift hier noch Keine Ahnung, ob hier noch mal ab und zu Leute unterwegs sind, also heute nicht, aber ist auch nicht verwunderlich Weil es erst seit gestern wieder richtig angefangen hat zu schneien So, jetzt geht es erstmal etwas gemütlich weiter auf einen etwas breiteren Forstweg Ich habe ja vorhin von dem Reel erzählt, was ziemlich oft angeschaut wurde Was jetzt auch ziemlich oft angeschaut wurde, war unser letztes Fahrradvideo Als wir mit den Rädern von Erfurt nach Reisenach gefahren sind Haben wir uns sehr gefreut, dass das so oft angeklickt wurde Das hatte irgendwie nach zwei Tagen schon 15.000 Aufrufe Womit wir jetzt überhaupt nicht gerechnet hatten Aber ich muss auch sagen Es hatte ja erst auch schon so eine ganz gute Klickzahl Und hat auch für viele neue Abonnenten und Abonnentinnen gesorgt Dann geht ein Hallo an alle Neuen unter euch Am nächsten Tag, auf einmal 13 Uhr ging das los Da hat das Video 300 Klicks in der Stunde, 400, 500 Abends waren es dann über 1200 pro Stunde Und unsere durchschnittliche Wiedergabedauer auf diesem Video ging so auf etwa 15% runter Und wir haben jetzt mal geschaut, wie das eigentlich zustande kam Und ja, anscheinend irgendwie sind die Leute von der externen Seite auf dieses Video gekommen Und angeblich über eine Google-Suche Können uns das nicht ganz erklären, was das war Falls jemand von euch irgendwie über eine externe Seite auf dieses Video gekommen ist Und jetzt auch zufällig dieses Video sieht Dann schreibt uns doch mal bitte, wo ihr dieses Video gefunden habt Es wird uns einfach mal sehr interessieren, denn wir können es uns nicht ganz erklären Ja, wir freuen uns natürlich über die Klicks Aber Klicks sind natürlich auch nicht alles Von daher spielen wir das jetzt auch nicht so hoch Aber interessant wäre es dennoch mal Ich glaube, man sieht ganz gut, dass es eine clevere Idee war, heute nicht aufs Rad zu steigen Denn all die schönen Touren, die ich jetzt mal geplant hatte Würden mich immer bis auf mindestens 800 Meter hinaufführen Ich bin jetzt hier bei, ich glaube, 630 Höhenmeter oder so Und hier wäre es schon wirklich nur noch sehr, sehr schwierig Auch mit dem breiten Reifen Das ist halt wirklich so richtig feiner Pulverschnee Ich habe heute auch keine Wanderschuhe an Sondern nur Trailrunning-Schuhe Aber trotzdem, die haben ja auch ordentlich Profil Ich hoffe, dass wir trotzdem die ein oder andere Tour in nächster Zeit machen können Müssen wir halt eher in den unteren Gefilden bleiben Aber wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht Und jetzt hier so Winterwanderungen sind ja auch was Feines Ja, hier in dem Gebiet um Elgosburg herum Gibt es wirklich einige schöne Felsen Einige schöne Wanderwege Huch! Ja, man sollte vielleicht nicht zu viel reden, während man läuft Und das, trotzdem mache ich jetzt einfach weiter Also es lohnt sich mal, hier einen Ausflug hinzumachen, solange der Wald hier noch einigermaßen steht Ja, Elgosburg ist einfach der nächst kleinerer Ort vor Ilmenau Wenn man mit dem Zug da von Erfurt nach Ilmenau fährt Und dann kann man sich auch das Schloss anschauen Kann auch auf dem Schloss übernachten, wenn man das möchte Das ist ein, ich glaube, 4- oder 5-Sterne-Hotel, ich bin mir gar nicht sicher Ist jedenfalls teuer Ja, und jetzt gehe ich erst mal nach unten Es ist heute wieder ein stetiges Auf und Ab Und dann geht es weiter Richtung Hohe Warte Die ich ja schon erwähnt hatte Und dann geht es weiter also wenn ihr dieses video seht wird es wahrscheinlich schon ende januar sein ja und dann ist es schon gar nicht mehr so weit bis zur nächsten radreise die an und ich geplant haben im märz geht es los wir werden drei wochen unterwegs sein wir haben auch schon die zugtickets gebucht das ist immer besonders wichtig wenn dann die räder dabei hat schon mal die züge zu buchen dass man dann auch das fahrrad mit rein nehmen kann gerade ein ICE das wisst ihr ja vielleicht hatte nicht besonders viele stellplätze für fahrräder von daher sind wir froh dass das schon mal erledigt ist haben wir jetzt auch gar nicht so viel geld dafür ausgegeben wenn man sich immer früh genug darum kümmert geht es ja und wir fahren vor allem in der woche hin und zurück jeweils das ist auch dann auf jeden fall schon mal günstiger wir haben ja schon mal gesagt dass es Richtung süden gehen wird und aber wahrscheinlich nicht so weit in den süden dass es schon richtig bockig warm sein wird und es ist halt eine jahreszeit wo in diesem gebiet halt alles möglich sein kann es kann warm sein es kann aber auch schon schnee liegen man weiß es nicht dementsprechend werden wir uns räder ein bisschen darauf vorbereiten und dann wird das bestimmt eine spannende sache und da sind bestimmt ein paar guten dabei die es hier auf youtube noch nicht so oft gab freuen wir uns schon riesig drauf und wir hoffen dass der film dazu dann auch richtig gut wird damit ihr euch wieder was tolles liefern können aber wir haben jetzt zum ersten mal an diesen urlauber vor dann wirklich mal ein paar tage oder vielleicht so eine woche mal die kamera ist und alle geräte abzuschalten deswegen wird wohl die eigentliche radreise nur zwei wochen lang werden aber das ist ja auch vollkommen ausreichend erstmal also das da oben ist die hohe warte das eine ist natürlich der turm und das links daneben ist die gaststätte auf den turm kann man für eine kleine spende hoch hat man wunderbaren ausblick außer heute und in der gaststätte kann man richtig gut essen und im gegensatz zu vielen anderen thüringischen gaststätten haben die da sogar ein vegetarisches angebot ein ziemlich gutes sogar ja nicht ausufern aber auch so typische thüringische gerichte bloß vegetarisch das finden wir ziemlich cool werden wir auf jeden fall bald mal wieder essen gehen dort machen wir jetzt schon länger nicht mehr ich jetzt da oben bin bin ich wieder auf über 750 metern und dann geht es endgültig wieder bergab tschüss hohe warte war jetzt nur ein kurzer besuch aber die gaststätte hatte jetzt eh zu hätte ich mich also eh nicht reinsetzen können macht nichts wollte ich eigentlich sowieso nicht machen jetzt geht es wieder runter zum bahnhof von elgersburg aber vorher gibt es noch ein kleines highlight unten im tal dann jetzt bin ich ein kurzes stück auf dem gererradweg zumindest eine variante davon die variante die ich nicht ganz so schön finde denn hier fährt man auf der straße die eben von elgersburg zu hohen warte hoch führt die andere variante führt durch ein richtig schickes tal über den forstweg wo man eben kein autoverkehr hat und ist auch jetzt landschaftlich einfach schöner aber wenn man jetzt mit etwas dünneren reifen unterwegs ist es die option natürlich besser oder wenn man natürlich einen abstecher zu hohen warte machen möchte aber wenig später muss man sowieso auf schotter fahren von daher macht das jetzt nicht den großen unterschied den gererradweg kennt ihr ja schon ein bisschen vielleicht wenn ihr unsere videos gesehen habt im letzten video sind wir ja den von erfurt bis zur mündung in die unstrut gefahren und den gesamten radweg werden wir euch definitiv wenn das wetter wieder etwas wärmer ist auch noch mal genauer vorstellen was jetzt bin ich wieder unten an diesem herrlichen bach entlang und wie ihr jetzt hinter mir seht tauchen jetzt schon die ersten felsen auf das ist jetzt direkt schon bei elgersburg und weiter vorne kann man jetzt auch ein stück hoch wieder und oberhalb der felsen lang laufen das machen wir jetzt noch so das war doch ein kleiner schöner ausflug leider habe ich jetzt nicht mehr viel zeit mein zug kommt in 20 minuten und es ist ja noch ein kleines stück bis elgersburg deswegen werde ich mich jetzt etwas beeilen und wieder zurückgehen den eichen goethefelsen zeige ich euch aber dann noch den habe ich euch noch versprochen da kann man jetzt nicht drauf was es damit auf sich hat das werde ich euch noch erklären da oben ich hoffe man sieht es steht jetzt goethe dran einfach nur goethe ganz groß warum heißt der goethefelsen der goethefelsen liegt einfach daran dass hier in diesem krönbachtal wie es sich nennt der herr goethe wohl einfach sehr viel zeit verbracht hat er war ja sehr viel in ilmenau unterwegs hat ja auch ein paar seiner werke dann hier geschrieben oder teile davon ja also im ilmenau ist ja auch bekannt als goethe stadt deswegen heißt jeder felsen goethefelsen das heißt ich bin auch mal wieder auf den spuren von goethe unterwegs aber das ist sehr schwer hier eben nicht auf seinen spuren zu sein in dieser gegend für mich geht es jetzt jedenfalls direkt zurück nach elgersburg das wird jetzt noch etwa eine viertel stunde dauern ja und ich hoffe ihr hattet jetzt viel spaß mit dem video es freut mich sehr dass ihr mich bisher begleitet habt ja und wie immer freuen wir uns sehr über jedes gefällt mir über jeden kommentar und natürlich auch über jedes abonnement also falls ihr uns noch nicht abonniert habt seid ihr herzlich dazu eingeladen würden wir uns sehr freuen jetzt geht es nochmal bergauf das heißt ich mache schluss und bedanke mich noch mal wünsche euch eine gute zeit hoffentlich liegt bei euch auch so viel schnee ja und dann macht es gut bis zum nächsten video und ciao ciao